Ich möchte jetzt erklären, warum ich gesagt habe, dass dieses Fest für mich ein bisschen seltsam ist. Das hat damit zu tun, was sich da zugetragen hat. Also Johannes der Täufer war nicht der Einzige, der da irgendwelche Leute getauft hat. Also das ist der Einzige, von dem die Bibel berichtet. Also gibt es dann andere, aber das ist wieder eine andere Taufe. Aber die Taufe, die Johannes spendete, war also keine neue Erfindung, sondern ein starkes Zeichen, so stark, dass es Eingang in der Bibel gefunden hat, dass es davon berichtet wurde. Und seine Taufe ist ganz einfach zur Vergebung der Sünden. Also untertauchen und ändere dein Leben jetzt. So ist es, so einfach ist es. Weil die Menschen vor 2000 Jahren waren nicht anders wie du und ich. Die haben schlicht und einfach gesündigt. Also das ist der Grund, warum es diese Taufe gab. Und es ist auch der Grund, warum die ersten Christen auch diesen starken Akzent auf die Taufe gelegt haben. Also bis heute ist die Taufe eigentlich das erste und wichtigste Sakrament zur Vergebung der Sünden. Nicht die Beichte, sondern die Taufe. Da wir aber fast alle wie Kinder getauft, also als Kinder getauft wurden, nützt es nicht besonders viel zur Vergebung der Sünden, weil kleine Kinder, bevor sie da irgendwie das Bewusstsein so richtig erlangen können, sündigen eigentlich nicht. Die Taufe tilgt die Erbschuld, sie öffnet uns einen Raum der Gnade und propft uns in den Weinstock ein, der Christus ist, der Kirche ist. Das stimmt alles. Aber die Taufe, die Johannes gespendet hat, war nur zur Vergebung der Sünden. Und es ist eine gute Frage, warum lässt sich Jesus da überhaupt taufen? Also ihm bringt das ja nichts. Er ist der Sohn Gottes und das ist, was ich glaube, was der Glaube der Bibel ist. Er ist ohne Sünde gewesen. Also Jesus braucht das nicht und er tut es trotzdem. Und ich habe ein bisschen überlegt, was da bei dieser Taufe geschieht. Es ist auch keine neue Erfindung, was ich hier sage. Aber die Stimme, die da etwas verkündet, ist hier entscheidend. Also eine Stimme von oben, also man könnte annehmen von Gott, weil das Oben, das ist das Schöne, das Gute, das muss von Gott kommen. So die Vorstellungswelt auch der Juden damals. Und ich vermute, wenn wir heute eine Stimme von oben hören würden, würden wir stark vermuten, das könnte von Gott kommen. Und die Stimme sagt ganz wichtige Worte. Das ist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und bei der Taufe Jesu geschieht etwas Entscheidendes für uns. Gott offenbart sich als ein liebender Vater. Dieses Wort, das er hier spricht, Sohn, für die Juden bedeutete es vor allem so das rechtliche Verhältnis. Also das ist mein Erbe. Aber wie es hier gesprochen wird in der Bibel, so wird es auch gedeutet, bedeutet es ein liebevolles Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn. Also eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Das sehen wir auch bei dieser Taufe. Da kommt noch diese Taube, die mit dem Heiligen Geist identifiziert wird. Und das ist auch so eine Lehre der Kirche. Das, was Gott auszeichnet in der Dreifaltigkeit, was ihn ausmacht, ist die Liebe. Also, dass der Vater den Sohn liebt, der Sohn den Vater, der Sohn den Heiligen Geist, der Heilige Geist den Sohn und der Heilige Geist den Vater und der Vater den Heiligen Geist. Ich glaube, ich habe niemanden vergessen. Also, das ist das, was das Wesen Gottes wirklich auszeichnet. Und durch die Taufe Jesu geschieht die Offenbarung des Vaters als einen, der liebt. Und ich glaube, wenn das der einzige Grund für die Taufe Jesu ist, ist es für mich ausreichend. Ich brauche nicht mehr Wissen an Hintergrundgeschichten und so weiter, weil das das Wesentliche für uns ist. Das ist auch das, was die Christen von den Juden unterscheidet. Also, sie können sich das schon vorstellen, dass Gott ein Vater ist, aber nicht so wirklich. Also so, wenn man die Bibel liest halt. Ich will nicht sagen, dass alle Juden sich das so vorstellen. Jeder ist ein bisschen anders. Aber das ist irgendwie die Vorstellungswelt. Und seit der Offenbarung, die mit Jesus gekommen ist, der auf diese Liebe, die in Gott ist, hingewiesen hat, weil er die Liebe selber ist, also ein sichtbares Zeichen dieser Liebe Gottes in der Welt, seit dieser Zeit wissen wir ganz genau, dass Gott eben ein Liebender ist, ein liebender Vater. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit meiner und deiner Taufe zu tun? Das hat insofern viel zu tun, als dass sich in deiner und in meiner Taufe auch dieser liebende Vater offenbaren will. Also das Erste ist auf dich alleine oder auf sich alleine bezogen, dass in der Taufe wird zugesprochen, dass du von Gott geliebt bist und dass diese Liebe nichts zerstören wird, dass die Erbsünde, die da an jedem irgendwie haftet, mit dieser Taufe weg ist. Also die hat keine Macht, also die Sünde über uns. Und das ist das Erste, für was unsere Taufe auch bezeichnend ist. Das Zweite ist gleich so wichtig, hat aber eine andere Dimension. Durch die Taufe werden wir eben ein Teil des Leibes Christi. Wir sind die kleinen Rebzweige an dem schönen Weinstock, der Christus selber ist. Und deswegen sind wir dazu berufen, so wie Jesus da am Jordan, die Liebe des Vaters in unserem Leben zu offenbaren. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man nennt es in der Kirche einfach die eigene Berufung leben. Und das ist eigentlich der Sinn der Sache. Wenn du deine Berufung lebst, also das, was Gott in dich hineingelegt hat und in diese Welt seine Liebe sichtbar machst, auf die Art und Weise, die dir liegt, der eine wird mit Obdachlosen arbeiten, der andere am Schreibtisch sitzen und theologische Traktate schreiben und alles, was dazwischen ist oder noch rechts und links, gehört auch noch dazu. Und es ist nicht entscheidend, was du machst. Also für die Kirche ist es nicht entscheidend, was du machst, aber für dich. Und durch die Taufe sind wir dazu eingeladen. Das ist die Gnade der Taufe. Also mit der Gnade bei Gott ist es so eine Sache. Taufe, das ist nicht nur so ein Geschenk, das man bekommt, sondern gleichzeitig eine Aufgabe, die man hat. Und deswegen ist die Gnade der Taufe auch eine Aufgabe für uns, dass wir die Liebe des Vaters durch das, wie wir leben, durch unser Leben, sichtbar machen, greifbar. So wie es Jesus gemacht hat, er hat es bis an die Spitze getrieben, also er hat sein Leben für uns alle hingegeben. Das feiern wir in jeder Eucharistie, dieses Mysterium, das Gott uns gegeben hat. Aber das ist das Entscheidende. Unsere Taufe, so wie die Taufe Jesu, soll die Liebe des Vaters offenbaren. Und sie soll uns daran erinnern und ist eine Zusage, dass wir von Gott geliebt sind und dass diese Liebe niemals enden wird, weil Gottes Wort ist ewig. Und das Zweite, sie ist auch eine Einladung an jeden von uns, die Liebe des Vaters, diese Welt zu offenbaren. Heute ist es bei mir kurz. Ich habe es mir vorgenommen, um kürzer zu predigen. Ich muss nicht über alles sagen und deswegen sage ich Amen und wir bekennen unseren Glaube.